Servus Freunde vom Geistkopf. Ich kann es selbst nicht fassen, was hier gerade passiert. Ja, wir werden eigentlich zu zweit. Eike ist gerade auch im Hotel. Der ist noch ein bisschen krank. Ich hoffe, der erholt sich bis morgen. Und ja, ich habe so das Gefühl, was wir jetzt hier machen, die nächsten zwei, drei Tage, hätten wir schon viel früher machen sollen. Und zwar einfach mal wieder Biken gehen. Ohne irgendeinen Druck dahinter, ohne irgendwie filmen zu müssen. Klar, die GoPro läuft immer mit irgendwie, aber sonst... Musik 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 The stars aligned, and we had everything to heal us No fear, no fight, as we decided We came to put the distance back between us Take it away now Take it away now Are you letting me go? Take it away now Take it away now Are you letting me go? Oh my god Are you letting me go? Are you letting me go? Woo-hoo Woo-hoo Und, was war der Große? Einfach mal wieder biken und gucken, was passiert Ich muss sagen, jetzt schon ist es ein saugeiles Gefühl, hier zu sein Bei traumhaftem goldenen Herbst-Oktober-Wetter Hier die Trails wieder zu sehen, nur aus dem Lift schon Und dazu auch dieser neue Lift, der ja auch schon wieder zwei Jahre alt ist, glaube ich Da drüben sieht man noch die Überreste vom alten Lift Da hinten Das waren noch Zeiten, der alte Lift Ja, jetzt, ich bin super gespannt, was uns hier erwartet Der neue Lift ist jetzt schon Highlight Das Wetter ist schon Highlight Ich freue mich einfach nur mega wieder hier zu sein Und ein bisschen zu biken Jaw 기다�iere Interesse Dannontinue ich Ich kommt noch da. Okay, jetzt Und ich komm doch denn Não, du bist Ich komm doch Ja, jetzt werden wir Du bist . Tja, 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 tja! Oh, fuck! Bis zum nächsten Mal.